Es sind erschreckende Aufnahmen, die ein Walbeobachtungsboot vor der Küste von Gibraltar im Südwesten Spaniens machte. In dem Video, das von der Tierschutzpartei PACMA auf dem Kurznachrichtendienst X geteilt wurde, schießt eine Segelcrew auf Orcas, die sich vor ihr im Wasser befinden. Ob einer der Wale schwer oder gar tödlich verletzt wurde, ist aktuell nicht bekannt, wie die Non-Profit-Organisation Ocean Care mitteilte. Bei Tierschützern und Tierschützerinnen sorgt der Vorfall für Entsetzen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass sich Menschen von Orcas bedroht fühlen und sich zu solch gewalttätigen Reaktionen hinreißen lassen, so Ocean Policy Experte Carlos Bravo. In den vergangenen Jahren häuften sich Berichte von vereinzelten Orcas, die Ruderblätter von Booten attackierten und so für Schäden sorgten. Dies sei jedoch keine Rechtfertigung für Szenen wie diese, ergänzt Mark Simmons, Direktor des Wissenschaftsbereiches bei Ocean Care.